Hier präsentieren wir die 5 beste Backpapiere Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Toppits Backpapier mit rutschfester Unterseite. Das Everyday Backing Paper ist eine traditionelle Backpapierrolle mit einer Länge von 20 Metern. Das Unternehmen wirbt stets mit hoher Qualität und günstigen Kosten, und das Backpapier wird mit wenigen Extras geliefert. Die Größe des Papiers kann immer an den aktuellen Bedarf angepasst werden, da es sich bei diesem Produkt um eine klassische Rolle handelt. Der Klassiker verfügt über Standardmerkmale wie eine Antihaftbeschichtung und eine normale Hitzebeständigkeit 220 C. Es gibt jedoch auch Nachteile, wie die Entsorgung im Restmüll. Nummer 4. IHUFIL BBQ Grillmatte Backpapier. Die IHUFIL Grillmatte hebt sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit von der Konkurrenz ab. Sie hält Temperaturen von bis zu 500 C stand und ist damit ideal für eine Vielzahl von Gerichten. Die Matte kann für jeden Grill oder Ofen verwendet werden. Die Matte besteht aus PTFE Glasfaser und ist pfoa-frei, so dass sie für den Menschen völlig ungefährlich ist. Sie kann auch im Backofen verwendet werden, wenn sie als Grillmatte eingesetzt wird, und die antihaftbeschichtete Oberfläche sorgt für einen angenehmen Gebrauch. Bei entsprechender Pflege kann die Matte jahrelang verwendet werden und ist spülmaschinenfest. Wenn die Matten zu groß sind, können sie auf die passende Größe zugeschnitten werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter Amazon Basics – Backmatte aus Silikon Drei Stück Amazon Basic ist die Eigenmarke von Amazon. Die Silikonbackfläche macht das Backen zum Kinderspiel. Es werden keine weiteren Zutaten wie Öl oder Backspray benötigt, da die wiederverwendbare Backmatte das Backpapier ersetzt. Die Backmatte ist außerdem leicht zu reinigen und bis 250 C Backofen fest. Das Besondere an diesem Produkt ist die Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten. Sie können wählen, ob Sie neben zwei bis drei verschiedenen Backmatten in unterschiedlichen Größen auch Backformen, Ausstechformen und Spatel erhalten möchten. Außerdem gibt es ein zusätzliches Makaron-Backbrett mit vormarkierten Makarons, damit das Portionieren ein Kinderspiel ist. Nummer 2. Amazon Brand UMI Backofenmatte Ofenauskleidungen Backmatte Grillmatten UMI ist eine Amazon-Marke, die ein breites Spektrum von Kunden anspricht. Das Hauptziel der Backofenmatte des Unternehmens ist es, Kochgeräte während des Gebrauchs sauber zu halten, und sie ist ideal für tropfende Speisen. Die Matte besteht aus beschichtetem Glasfasergewebe und ist frei von Pfoa und BPA, so dass sie sicher in der Nähe von Lebensmitteln verwendet werden kann. Diese Matte kann, wie andere auch, auf die richtige Größe zugeschnitten werden, so dass sie als Unterlage für Gasbrenner verwendet werden kann. Die Matte kann auch in der Mikrowelle oder auf dem Grill verwendet werden. Die Matte kann nach jedem Gebrauch in der Spülmaschine oder mit Wasser und Seife gereinigt werden. Danach ist sie wieder einsatzbereit. Die Matte ist etwas hitzebeständiger als andere Sorten von Backpapier oder Madden, mit einer Hitzetoleranz von bis zu 260 C. Und die Nummer 1 unserer Liste. Toppits Backburgen mit rutschfester Unterseite. Das Toppits Backpapier ist an und für sich ein klassisches Backpapier. Die Unterseite dieses Backpapiers ist so gestaltet, dass sie ein Verrutschen des Backpapiers beim Verschieben der Backform verhindert, was es einzigartig macht. Trotz der rutschfesten Unterseite hat das Backpapier eine Antihaftstruktur, was bedeutet, dass es beim Backen nicht lästig klebt und sich das Backgut leicht entnehmen lässt. Die hier gezeigte Version wird mit 20 vorgeschnittenen Blättern im Format 42 x 38 cm geliefert. Außerdem sind die Materialien des Papiers umweltfreundlich.